herzlichen glückwunsch ich weiß es wäre bestimmt noch schöner gewesen in amberg und tut mir natürlich auch leid für euch dass es nicht funktioniert hat ich freue mich aber trotzdem dass ihr mich in zeitlahm besucht es freut mich natürlich sehr dass ich das gewonnen habe als die e-mail kam hatte ich schon so tränen in den augen konnte ich gar nicht glauben dass ich da gewonnen habe